Grüezi miteinander! Wir besuchen heute wieder einmal den Südwesten der Bundesrepublik Deutschland. Unweit der französischen Staatsgrenze in Baden-Württemberg liegt das bezaubernde Freiburg im Preisgau. Die südlichste Grossstadt Deutschlands blickt auf eine abwechslungsreiche und lange Geschichte zurück. Genau wie das schweizerische Freiburg wurde auch das deutsche Freiburg vom Geschlecht der Zeringer gegründet. Berthold II. von Zeringen erbaute im Jahre 1091 auf dem Freiburger Schlossberg eine Burg, das Kastrum de Fribourg. Politisch befinden wir uns zu jener Zeit im Herzogtum Schwaben, zu dem auch weite Teile der Schweiz gehörten. Die eigentliche Stadtgründung fand im Jahre 1120 statt. Konrad I. von Zeringen und sein Bruder Berthold III. verliehen Freiburg das Marktrecht. Die Stadt wuchs in den darauffolgenden Jahrzehnten enorm schnell und nachhaltig an. Die gewährten Marktprivilegien, die günstige Verkehrslage und die grossen Silbervorkommen im Schwarzwald verhalfen Freiburg zu Wohlstand und Macht. Um 1200 begann bereits der Bau einer neuen grossen Pfarrkirche, dem heutigen Freiburger Münster. Was Berthold V. um 1200 begann, wurde mehr als 300 Jahre später vollendet. Ein fast ganz in gotischem Stil gehaltener Bau. Mit dem eben genannten Berthold V. starb 1218 die Linie der Zeringer Herzöge aus. Berthold V. war übrigens nicht nur der letzte Zeringer Herrscher, er war auch Stadtgründer von unter anderem Bern. Die Herrschaft über Freiburg ging an seinen Neffen aus dem Geschlecht der Grafen von Urach über. Für 150 Jahre herrschten die Uracher Grafen über Freiburg. Sie nannten sich auch fortan Grafen von Freiburg. Die Bürgerschaft in der Stadt war jedoch von Beginn an misstrauisch über die neuen Besitzverhältnisse. Die Beziehung zwischen Bürgern und Grafen wurde durch Kriege mit anderen Herrschern und politischen Streitigkeiten so nachhaltig gestört, dass sich die reichen Bürger Freiburgs freikauften. Sie stellten sich 1368 freiwillig unter die Herrschaft der Habsburger. Ein anfänglicher Niedergang Freiburgs wich nur wenige Jahrzehnte später einem Aufstieg. Und dieser Aufstieg hing indirekt auch mit der jungen Eidgenossenschaft zusammen. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts waren es vor allem die Freiburger Zünfte, die die Geschicke der Stadt bestimmten. Warum aber nicht der habsburgische Adel im Preisgau? Sagen wir, der war verhindert. In der Schlacht bei Sembach 1386 erlitten die Habsburger nämlich eine verheerende Niederlage gegen die Eidgenossen. Hunderte Blaublüter, darunter viele des Freiburger Adels, fielen. Die Zugehörigkeit Freiburgs zu den vorderösterreichischen Besitzungen des Hauses Habsburg endeten mit dieser Niederlage aber natürlich noch nicht. Zwischen 1415 und 1427 war Freiburg gar Reichsstadt. Erzherzog Albrecht VI. legte 1457 den Grundstein für ein Freiburg der Bildung und der Wissenschaften. Er gründete die Universität Freiburg. Die existiert bis heute und fast zwei Dutzend Nobelpreisträger stehen im Zusammenhang mit dieser uralten Bildungseinrichtung. Mit dem Aufstieg der Habsburger im Heiligen Römischen Reich wurde auch unser Freiburg im Preisgau ein Machtzentrum. 1498 fand der Reichstag unter König Maximilian I. in Freiburg statt. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts geriet Freiburg in die Wirren der Bauernaufstände. 1525 nahmen Hans Müller und seine Bauern die Stadt Freiburg ein und zwangen den Stadtrat der Christlichen Vereinigung der Bauern beizutreten. Der Bauernaufstand wurde in Südwestdeutschland noch im selben Jahr blutig und endgültig niedergeschlagen. Insgesamt sind wohl um die 80.000 Menschen getötet worden, darunter natürlich zehntausende Bauern. Das 17. Jahrhundert war für Freiburg ein besonders düsteres und von vielen Umwälzungen geprägt. Der Dreissigjährige Krieg brachte Tod und Elend in und um die Stadt. 1632 besetzten erst einmal die Schweden Freiburg, das in den darauffolgenden Jahren mehrfach den Besitzer wechselte. 1644 verloren tausende Kämpfer in der Schlacht bei Freiburg zwischen Bayern und Frankreich ihr Leben. Die Schlachten, die wechselnden Besatzer und Krankheiten hinterließen ihre Spuren. Zu Beginn des Dreissigjährigen Krieges lebten bis zu 10.000 Menschen in der für damalige Verhältnisse riesigen Stadt. Am Ende dieses verheerenden Krieges waren es noch etwa 2.000. Alle Freiburger Vorstädte waren grösstenteils zerstört. Die geografische Lage Freiburgs an der Südwestgrenze des Reichs weckte jedoch auch nach dem Dreissigjährigen Krieg Begehrlichkeiten. 1677 wird die Stadt von französischen Truppen eingenommen. König Ludwig XIV. wies seinen berühmten Festungsbaumeister Vaubon an, Freiburg zu einem modernen Bollwerk auszubauen. Um die Altstadt wurde eine Festung mit acht Bastionen erbaut. Auf dem Schlossberg, auf dem Freiburg vor Hunderten von Jahren gegründet wurde, liess er an der Stelle des alten Schlosses drei übereinanderliegende Befestigungsanlagen errichten. Ab 1697 wechselten sich Österreich und Frankreich gleich mehrfach mit der Herrschaft über Freiburg ab. Erst ging es per Friedensvertrag zurück an Österreich, später wurde es erneut durch die Franzosen besetzt. Erst 1745 ging die Herrschaft wieder nachhaltig auf Österreich über, zumindest für eine Weile. Bei ihrem Abzug schleiften die Franzosen sämtliche Festungsanlagen. Die Spuren des französischen Festungsbaumeisters Vaubon sind durch diesen Abzug fast vollständig verschwunden. Ende des 18. Jahrhunderts wurde Freiburg jedoch wieder von den Franzosen eingenommen. Dieses Mal jedoch von französischen Revolutionstruppen. Und wer den ersten Teil zu Baden-Württemberg gesehen hat oder irgendeinen anderen historischen Beitrag, der weiss natürlich, dass mit der Franzosenzeit und Napoleon eine politische Neuordnung Europas stattfand. Nachdem die Franzosen Freiburg eroberten, konnte es kurze Zeit später durch Erzherzog Karl wieder befreit werden. Dieser Habsburger war im Mai 1809 auch der erste Feldherr, der Napoleon auf dem Schlachtfeld eine bedeutende Niederlage zufügen konnte. Der Südwesten Deutschlands wurde jedoch auch neu geordnet. 1801 ging der Preisgau natürlich mit Freiburg an den italienischen Herzog von Modena. Der war von diesen Besitzungen aber so wenig begeistert, dass er den Preisgau selbst nie besuchte. Die Regierungsverantwortung übernahm daher Hermann von Greifenegg, dem letzten Habsburger der Freiburg regierte. Der italienische Herzog Ercole III. sorgte vor seinem Tod 1803 jedoch dafür, dass seine Tochter Maria Beatrice in das Haus Habsburg einheiratete. Der Preisgau fiel daher an sie, doch nicht sehr lange. Denn 1805 verfügte Napoleon, dass unter anderem der Preisgau an Baden angegliedert werden sollte. Damit endete die jahrhundertewährende Herrschaft des Hauses Habsburg endgültig und nachhaltig. Freiburg wurde Teil Badens. Nachdem Frankreich niedergerungen wurde, wurde auf dem Wiener Kongress 1815 bestätigt, dass Freiburg Teil des Grossherzogtums Baden bleibt. Für die Entwicklung Badens verweise ich natürlich auf den ersten Teil zu Baden-Württemberg. Alles, was wir über das Grossherzogtum lernten, betraf natürlich auch unser Freiburg im Preisgau. Freiburg, eine Stadt der Wissenschaft, erhielt 1821 auch religiös eine erhöhte Stellung. Sie löste Konstanz als Bischofssitz ab. Die Stadt entwickelte sich zu einem wirtschaftlichen und politischen Zentrum der östlichen Seite des Oberrheins. Industrialisierung und technische Errungenschaften liessen die wichtige Stadt im Preisgau rasant anwachsen. Um 1800 lebten etwa 9000 Menschen in Freiburg. 40 Jahre später waren es bereits mehr als 15.000. Schon in den 1840er Jahren fuhr der erste Eisenbahnzug vom neuen Freiburger Bahnhof nach Offenburg. Die badische Südweststadt wuchs kontinuierlich an. 1867, also vier Jahre vor der Gründung des Kaiserreichs, lebten in Freiburg bereits über 20.000 Menschen. Ein sehr bedeutender Meilenstein der Geschichte ist auch in unserem Freiburg zu finden. 1899 immatrikulierte die Freiburger Universität als erste in Deutschland eine Frau. Medizinstudentin Johanna Kappes war damit nicht nur die erste deutsche Studentin, sondern auch Wegbereiterin für das Frauenstudium. Das Grossherzogtum Baden war damit der erste deutsche Bundesstaat, in dem Frauen gleichberechtigt studieren konnten. Der Antisemitismus und der Nationalsozialismus erfassten aber auch das damals fortschrittliche Baden. 1938 brannte auch in Freiburg die Synagoge. Im November 1944 zerstörte ein Luftangriff weite Teile der Stadt, das uralte Münster wurde jedoch nur leicht beschädigt. Im April 1945 besetzten ein weiteres und letztes Mal die Franzosen die Stadt im Breisgau. Wir lernten im ersten Teil zu Baden-Württemberg, dass der Südweststaat erst dreigeteilt war. Unser Freiburg war Hauptstadt des neuen Landes Baden. 1952 wurden die drei Teilstaaten zu Baden-Württemberg vereint. Und bis heute ist Freiburg im Breisgau ein Teil davon. Geografisch grosse und wichtige Veränderungen fanden in den 1970er Jahren statt. Mehrere Ortschaften wurden durch eine Gebietsreform eingemeindet und zu Stadtteilen Freiburgs ernannt. Mit 153 Quadratkilometern ist Freiburg im Breisgau nur ein kleines bisschen kleiner als das Fürstentum Lichtenstein. Mit über 235'000 Einwohnern ist die wunderschöne Stadt im Breisgau die viertgrösste Stadt Baden-Württembergs. Der Name des deutschen Freiburgs lässt sich, genau wie der des schweizerischen, leicht enträtseln. Er bedeutet so viel wie freie Stadt. Ein befestigter Ort, der durch die Zähringer verschiedene Stadtprivilegien erhielt. Das Wappen der Stadt zeigt recht schlicht das Georgskreuz. Der heilige Georg ist der Stadtpatron Freiburgs. Aufgrund der langen Verbindung mit dem Hause Habsburg entdeckt man in Freiburg auch hier und da den rot-weiss-roten Bindenschild Österreichs. Und das war sie, die südlichste Grossstadt Deutschlands, die über viele Jahrhunderte österreichisch war, zigfach zwischen Frankreich, deutschen Staaten und Österreich hin und her geschoben wurde und heute eine malerische Stadt im Südwesten der Bundesrepublik ist. Sie begrüsst jedes Jahr knapp eine halbe Million ausländische Übernachtungsgäste. Die meisten davon übrigens aus der Schweiz. Auf dass die Stadt Freiburg noch oft besucht wird und auch weiterhin ein wunderschönes Ziel im alemannischen Teil Deutschlands bleibt. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.